Jetzt starte ich wieder durch. Nach eineinhalb Jahren Pause werde ich jetzt wieder Videos veröffentlichen. Was für die Produktion von Videos wichtig ist, das habe ich in den vergangenen Monaten in der Journalistenschule am IFB in München kennengelernt. Meine Videos drehe ich vorerst hier in Delfs. Ich bin seit September 2011 hier bei den Franziskanern in Delfs. Ich lebe in einer Gemeinschaft von fünf Mitbrüdern. Einer davon ist Bruder Petrus. Danke Bruder Petrus, dass du bei den Videodrehs die Kamera bedienst. In meinen Videos möchte ich davon erzählen, was ich erlebe und fühle. Vor allem möchte ich meinen Glauben weitersagen. Denn da geht es mir so ähnlich wie den ersten Christen. Sie waren überzeugt. Wir können unmöglich schweigen darüber, was wir erlebt und gesehen und gehört haben. ein bisschen. So, ich bin mir so ähnlich wie den LINKEN.